Herzlich Willkommen hier beim WeLoveMMA-Podcast. Heute sprechen wir ein wenig über die vergangene UFC Fight Night Anthony Smith vs. Devin Clark, über Mike Tyson vs. Roy Jones Jr. Der Kampf fand ebenfalls heute Nacht statt und natürlich ein wenig auch über KSW und Co. Deshalb kommen wir direkt zur vergangenen UFC Fight Night. Ja, bisschen ärgerlich. Letzte Woche hatte ich noch über Curtis Blades gegen Derrick Lewis gesprochen. Dieser Kampf ist ausgefallen. Nun haben wir stattdessen im Main Event eben das Co-Main Event gesehen. Anthony Smith gegen Devin Clark. Anthony Smith hat relativ schnell durch eine Submission gewonnen, was eigentlich eine sehr schöne Sache ist. Es ist schön, dass auch ein Anthony Smith wieder zurück in der Siegesspur ist, dass Anthony Smith eigentlich ein so großartiger Kämpfer, einer mit einem wirklichen Löwenherz, wie sein Spitzname Lionheart schon sagt, wieder einen Kampf gewonnen hat, dazu auch noch gut gewonnen hat. Man hat natürlich auch bei ihm die Erleichterung nach diesem Fight gesehen. Ansonsten war es eine wirklich solide UFC Fight Night. Ich denke aber, ich habe das auch bei meinen Zuschauern gemerkt, dass nur die allerwenigsten tatsächlich die UFC geschaut haben an dem Abend, sondern der Hauptfokus lag da doch vermutlich auf Mike Tyson vs. Roy Jones Jr. Was soll man sagen? Es war nun mal ein spannender Boxkampf. Beide haben nicht nur 50% gegeben, sondern beide haben diesen Boxkampf sehr ernst genommen. Mike Tyson sah fitter aus, schneller aus als Roy Jones Jr. Und allgemein denke ich, hat Mike Tyson diesen Boxkampf eigentlich auch gewonnen. Ich finde es schade. Ich verstehe, dass man sagt, die Commission sucht sich da keinen Gewinner aus, weil das eben ein Exhibition-Bout ist, weil das eine Art Showkampf ist. Wenn man dann aber sagt, die WBC sucht sich einen Gewinner aus und der Sieger bekommt ein Gürtel, ja, warum lässt man es dann ein Unentschieden machen? Zumal, warum haben beide diesen Gürtel bekommen, wenn man doch wusste, dass es eigentlich nur einen Gewinner geben sollte. Aber, naja, was soll's. Es war trotzdem ein schöner Boxkampf, Mike Tyson nochmal live zu sehen. Wahnsinn eigentlich. Dann haben wir die UFC, die von einem Pech verfolgt wird. Ich meine, schauen wir uns mal die letzten UFC Fight Nights an. Die letzten Main-Events im November waren Paul Felder gegen Rafael dos Anjos, Figueredo gegen Perez, Anthony Smith gegen Devin Clark, Jack Hermansson gegen Marvin Vittori, da kommen wir gleich dazu, und UFC 256, Davidson Figueredo gegen Brenton Moreno. Was fällt auf? Die letzten fünf Main-Events sind ausgefallen, beziehungsweise, ja, wurden ersetzt. Islam Makhachev ist ausgefallen, dann ist Cody Garbrandt ausgefallen, dann ist Curtis Blades ausgefallen, dann fällt nächste Woche leider Kevin Holland aus und eben UFC 256, da ist der Main-Event, ja, da ist das Main-Event einfach schon dreimal ausgefallen sogar. Total ärgerlich. Schade für die UFC, denn, ja, wir haben bald Shimaev gegen Edwards. Und bitte wickelt sie da in Bubble Wrap ein, bitte, solltet die UFC die Kämpfer da doch bitte in Luftpolsterfolie einwickeln, damit da absolut nichts schief geht, weil diesen Kampf will ich persönlich, weil diesen Kampf will ich persönlich unbedingt sehen. Ja, nächste Woche haben wir, wie gesagt, eine UFC Fight Night. Eigentlich hätten wir Jack Hermansson versus Kevin Holland. Kevin Holland fällt aus. Stattdessen sehen wir jetzt Jack Hermansson gegen Marvin Vittori und bei UFC 256 Kevin Holland gegen Shaqaree Sousa. Zwei spannende Ersatzkämpfe, würde ich mal behaupten. Finde ich gut. Prinzipiell schade natürlich, aber Marvin Vittori unterschätzt mir den Jungen nicht. Der hat letztens eine Split-Decision gegen Israel Adesanya verloren. Ein knappes Ding. Ob das jetzt unbedingt eine Split-Decision war, ist eine andere Sache. Aber Marvin Vittori ist legitim. Jack Hermansson ebenfalls, von dem dachte man ja, hm, ja, wie sieht's aus, nachdem er da brutal verloren hat. Aber auch er kam wieder zurück in die Siegesspur. Auch er hat wieder gewonnen. Auch er hat seine Hausaufgaben gemacht. Dementsprechend, denke ich, sollten wir uns da auf eine kommende Fight Night freuen. Allzu viele Highlights auf der Rest der Card gibt es da aber tatsächlich nicht. Dann haben wir ebenfalls KSW 57 am 19. Dezember 2020. Und zwar haben wir da zwei uns bekannte Kämpfer. Zum einen haben wir Abus Magomedov gegen Cesari Kesik. Abus gibt damit sein Debüt bei KSW. Viele kennen ihn wahrscheinlich noch von der PFL, stand dort im Finale. Hat bei der PFL auch tatsächlich wirklich sehr, sehr schön performt. Ebenfalls kämpft Christian Eckerlin aus Frankfurt gegen Albert Odsimkowski. Und ich denke auch, Eckerlin werden hier einige kennen. Das heißt, wir haben zwei deutschsprachige Debutanten bei KSW mit Christian Eckerlin und Abus Magomedov. Zwei super Kämpfer. Zwei wirklich sehr, sehr starke Kämpfer, bei denen es einfach Spaß macht zuzuschauen. Und da heißt es jetzt schon mal Daumen drücken. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr freut euch ebenfalls. Ich danke euch fürs Zuhören. Die nächste UFC Fight Night läuft immer Samstag auf Sonntag. Wenn ich mal schaue, welche Fights wir noch so haben auf der Fight Card. Wir haben Ovin St. Pru im Co-Man Event gegen Jamahal Hill. Wir haben Gian Vialante, den werden einige kennen, gegen Jack Colyer. Aber allgemein ist noch nicht viel von der Main Card bekannt. Also laut Topology stehen nur drei Kämpfe der Main Card. Das heißt, zwei kommen noch dazu. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da noch die übelsten Kracher dazukommen werden. Aber lasst wir uns mal überraschen, was die UFC da noch auspackt. Und da war es das auch schon mit dieser Episode. Ich danke euch allen wie immer fürs Zuhören. Folgt uns gerne. At WeLoveMMA bei Instagram und Co. Lasst gerne einen Kommentar da. Schreibt uns gerne eure Meinung. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.